3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen gibt es in Deutschland und ihre Zahl steigt rapide. Pflege, das bedeutet körperliche Schwerstarbeit mit gravierenden gesundheitlichen Folgen für Rücken, Schultern und Skelettsystem. Die meisten Patienten werden zu Hause betreut von ihren Angehörigen und ambulanten Pflegediensten. Er kann gar nichts mehr alleine machen, nicht stehen, nicht laufen. Körperlich ist es schwierig, ihn umzubetten, ihn aus dem Bett zu holen, wenn das Bett neu bezogen werden muss. Das kostet viel Kraft. Es ist an mehreren Ebenen schwer. Physikal, die physikale Pflege. Alleine hast du Angst, dass du das nicht mehr schaffst. Körperlich mit dem Rücken und alles. Und auch im Kopf. Da bist du richtig gefordert. Es ist Stress. Ein einfaches Hilfsmittel kann Pflegende entlasten. Es gibt da ein hervorragendes Tuch, das nennt sich Move Me. Das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr geholfen, um den Menschen erstmal nach unten zu bringen, an das Bettende. Und dann mit dem Gleittuch ihn auf die Beine stellen zu können, wozu er ja noch in der Lage war. Und ihn dann zu drehen und auf den Rollstuhl zu setzen. Move Me. Durch seine spezielle Beschichtung gleitet das Tunnellaken mühelos. Kein körperlicher Kraftakt mehr. Auch hohes Gewicht kann ohne Anstrengung bewegt werden. Es gibt ja auch viele Patienten, die können überhaupt nicht mithelfen. Und wenn sie dann jemanden hochziehen müssen oder hochschieben müssen, und das ist dann für den Patienten auch schmerzhaft. Und wenn sie natürlich jemanden so einfach hochschieben können, ist das natürlich schon eine super Sache. Nur wenige Handgriffe, schnell zu erlernen, mit unmittelbarem Erfolg. Seitdem ich das Move Me-Laken benutze, habe ich wirklich keinen Rückenschmerz mehr, weil ich kann mit dem Patienten zusammenarbeiten, kann die Patienten leichter im Bett bewegen. Und ja, ich würde nicht mehr ohne arbeiten. Move Me. Eine große Entlastung auch für die Patienten. Kein Gezerre mehr auf dem Pflegebett, nicht mehr nur Last sein für die Pflegenden. So mancher hat da das Gefühl, ein Stück Würde zurückzubekommen. Das geht so leicht. Keine Schmerzen, gar nichts. Kein Gezerre mehr auf dem Pflegebett.